Flaming Farts What? Oh Flaming, ich hab Flamingo gelesen Flamingo steht auf Flamingo steht auf Flamingo steht auf Sehr schön Jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los Ja, ich mach noch Toast und dann wäre er dabei Okay, wir können noch eine Runde schon mal gleich sonst alleine Jo, können wir auch sonst Jo Ich kann ja kopieren, wie kann ich denn jemanden einladen hier? Ach da, ja, okay Ah, okay Gut, ich mach mal, ich mach mal, ich start's dann Oh yeah Der Schreibenteil ist immer der schwierigste Ah, jetzt müssen wir einen Text schreiben, ne? Also irgendeinen Satz Genau Ob der dann gemalt werden kann Ja Ich weiß nicht, wenn ich die Nachricht in Klein-Worstleim nicht gelesen habe Oh man Mir fällt absolut nix ein Halbzeit, die Hälfte sind durch Oh oh Ah, warte Nein Verdammt Vermutlich nichts geschrieben Ach, scheiße Ähm Doch, ich hab was geschrieben Das ist immer dumm, wie das da jetzt stehen gewesen ist Und wenn einfach das abgeschickt wird Was bis dahin stand, dann hab ich auch was Aber nur ein Wort Ups Gibt's hier irgendwie rückgängig? Das ist mit Trackpad wirklich nicht so einfach Glaube ich Also mit Maus find ich's jetzt auch nicht besonders einfach Braucht man eigentlich irgendwie jetzt Keine Ahnung Ein Stift auf dem iPad oder irgendein Drawpad halt dazu Ah, ich hab ein iPad hier Das ist gar nicht verdammt, das zu benutzen Vielleicht dafür Neue Sitzscheiße Ne? Ihr seid doch nicht so schnell Tja Das hab ich mit Pettchen, das hol ich jetzt mal raus Schaffen sie es in der Zeit? Schaffen sie es nicht in der Zeit? Es bleibt spannend Ah Äh Äh Hä Was soll das denn sein? Ach Leute Das Zeichenpad hab ich schon mal Ich weiß noch nicht, wo der Stift hin ist Fuck Was Okay Äh Ähm Okay Okay Du hast also so ein iPad-Stift und verbummelst den? Ne, das ist also für so ein richtiges Zeichenpad so ein passiver Stift Achso, so ein, okay Kann man füllen irgendwie? Ja Ja Jetzt schauen sie so schön aus So Passt schon Entschuldig Entschuldig Funktion Vor Allem so wer fehlt noch verwechselt ja so verwechselt soll es sein ich fand das eigentlich noch richtig gut gemacht von mir ja 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 macht sinn die brille hat mich verwirrt ich wollte übrigens irgendwas schreiben dass sie halt noch fehlt oder noch nicht so weit ist anstatt einfach ein grinsenden davon zu malen nein ja das ist der blaue boy ich habe gedacht das ist baseball im blau das ist richtig gut das letzte ja doch durchaus aber hat nichts mehr mit dem man hinterm mond zu tun nicht schlecht nur ein wort unterschied ja hallo super nice ja so wo ist der rast jetzt hier geil ja komm ja 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 genau Wie sieht so ein Ding konkret aus? So, so, so. Oh, ein dickeren Stift hier. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nein! Seid ihr noch nicht fertig? Ja, das frage ich mich auch. Was malt ihr denn so lange? Ja, nun. Hallo, Yannick. Hi. Hallo! Was ist das? Vielleicht. Boah, zu langsam. Was? Okay. Nein! 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 Jetzt weg geht's! Ihr seid geisteskrank, echt. Man kann hier wieder in Editiermodus zurück. Ja. Ich finde das schön gezeichnet. Ist okay. Okay, los geht's! Go, go, go! Was? Okay. Oh! 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 Na ja! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Ich hoffe, wenigstens im Nachhinein erkennt man, dass das nach Hause telefonieren heißen sollte. Ja. Ach, so malt man das. Ja, das ist super bekannt. Wow. Dann sehen wir mal, was ich gemalt habe. Ja, okay. Ja. Da war bei mir irgendwie die Zeit zu Ende. Ich wollte schreiben, Banana for Scale und so. Ja. Eine Zwei-Stelle. Ja, das war so... Klasse. Lena schreit, wenn er einen Geist anklopft. Oh nein. Also ich habe eine Narbe, weil der Lena überfällt. Okay. Das ist... Ja, gut. Das ist ehrlich. Auf geht's. Okay. Schreibt einfach irgendwas, ne? Ja, klar. Ja. Ja. Ding ding. Ja. 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 Ach Gott. Scheiße. Ey. Also ich hätte eh gar nicht wollen. Ja. 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 Ich habe es kurz probieren. Das ist die Tür. Ja. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde dich sonst überrollen. Ich merke schon. Da ist nicht vor Zeit. Ich werde schon jetzt mit der Zeit. Da kann ich nichts machen. Achso. Nein. Oh, fuck. Schau mal schneller. Ja. Ich muss mal ein bisschen hier ranklappen. Okay. 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 Also das zu erkennen, was das sein soll und dann was schreiben, ist wesentlich einfacher, als zu malen. Definitiv. Dann schauen wir mal. Wer zuerst lacht, lacht am besten. Auf einmal Ton hier. Meinungswechsel. Oh. Oh. Lernprozess. Naja. Hey, komm. Nicht total. Blau blüht der Enzian. Oh, shit. Mhm. Das ist überlau'm Enzian. Damit die Itzku-Blume blau wird. Ah. Wie hat der den Ton da? Das ist echt gut gezeichnet. Die Evolution der Instant-Messenger. Der ist wirklich gut. Mhm. Ja. Ich wusste aber auch nicht, was du weißt. Party auf dem Mond. Naja, so hätte ich mir drauf meinen können. Sehr cooles Bild. Party auf dem Mond. Oh. Perfekt. Wow. Sehr gut. Silent-Disco auf dem Mond. Ja, die Bock geht. Hab jeder mich gerade erinnert. Keine Ahnung. Ist auch gut. Niemand mag Rosinen. Oh. Ich glaub, ich weiß nicht, was das... Oh. Ich wusste nicht, wie ich die Rosine malen soll. Hunde Kacke ist eklig. Ja. Ich hab Fragen bezüglich der Beine übrigens. Hundescheiße liegen lassen ist doof. Ich wollte das noch nicht. Alle Strichmädchen machen und ich hab mir dann gedacht, ja gut. mit den Armen sind auch blöd, wenn ich der andere dran mache. Katze sitzt auf Frosch. Oh. Sehr schön. Eine Katze bringt einen toten Frosch. Ja, auch gut. Da ist eine Schnecke auf meinem Volk, Neul. Oh, das sieht wirklich aus wie eine Schnecke. Shit. Ja. Ah, er ist schön. Hier kann man irgendwie den Ablauf aufeinander. Das ist Schreiben, Zeichnen. Man kann auch Zeichnen und Schreiben machen. Man kann nur Zeichnen machen. und man kann nur Schreiben am Anfang und am Ende. Aber ich glaub, das ist schon ganz gut, wie wir das haben. Ja, ich bin für das eigentlich. Das ist gut. Das ist doch ganz gut. Ja. Was sind hier auch für Vorschläge alleine? Bei mir gerade Friseur schneidet einen Vorschlägenstopp. Warum? Ich finde die Vorschläge teilweise gar nicht schlecht. Ja, teilweise. Das stimmt schon, ja. Ja. Was? Oh, du weißt nicht, wie ich das malen soll. Das denke ich mir auch gerade. Alter, okay. Wie malt man sowas? So. So. Und man kann auch gerade Striche malen? Ja. Und man kann auch Kreise ausgefüllt und legen. Das ist schon sehr hilfreich. Ja. Ein Kopiertool wäre nochmal cool. Ich so an mein gerade, an mein Bild denke, was ich hier gerade mache. So. Sehr gut. Ich hab kein Zeit mehr mitgemacht, das war, ne? Naja, wenn irgendwie die Mehrheit fertig ist, dann geht's los. Ja. 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 Wenn irgendjemand da redet, was das hier sollen soll, bin ich, der Kaiser von China. Sehr gut. Ja, wer braucht denn da? Ja. Na, ich. Ja, oben. Vorsicht, du hast nur noch ein paar Sekunden. Nee, ich bin, ich hab's schon abgeschickt. Was? Ach. Okay. Oh, das ging schnell. Oh. Nix selbst. Das Bild war einleuchtend. Äh. Moment, ich muss nur mal von vorne anfangen. Weil ich dachte eigentlich, dass das dann mit Mehrspielern, dass es quasi eine Iteration mehr dann gibt. Ja, ist ja auch. Das ist doch. Ja. Ja. Wir hatten gerade eben... Das ist doch nur eine Geschichte bisher mehr, oder? Ja, genau. Aber jeder kriegt ja mehr bei. Ja, aber im Sinne von, ich hatte das so gesehen, dass dann quasi noch mehr, also dass das Bild weitergeht. Also, dass das im Grunde, äh, nochmal, äh, geraduit wird, sozusagen. Also, du hast ja jetzt, äh, schreiben, zeichnen, schreiben, zeichnen, schreiben. Und das letzte Schreiben wäre sonst halt nicht. Hm. Ach so. Okay. Ich verstehe. Und wenn jetzt noch einer dazukäme, dann wär's halt nochmal einmal Zeichnen mehr. Ja, okay. Das ist, glaub ich, da, wo es dann langsam geil wird, nämlich. Ja. Deswegen brauchen wir Lena. Ja, aber wo ist Lena? Wo ist denn Lena, wenn man sie braucht? Richtig, ey. So, das ist jetzt wunderschön gemalt. Das Telefon klingt schon ein bisschen wie das Telefon in Phasmophobia. Ja. Ja. Ja, die erweiterte Nachricht an Lena würde was bringen, wenn sie die erste schon gelesen hätte. Ja. Äh, 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 ähm, ähm, was soll das sein? Ich hab dich mal anders, weiß ich, ne Ahnung. Das ist auch wirklich klar nicht, was das ist. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Bei einigen Sachen bleib ich mir ja nicht echt nicht sicher, was euch gerissen hat. Amazon kommt zu spät wegen Unfall. Hm. Das ist ziemlich gut gemalt, das Amazon-Zeichen. Amazon Express-Lieferungen führen zu Unfällen. Einmal die Kausalität umgedreht. Crime. Express-Lieferung wird verzögert. Oh, nice. Ja. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Was ist das für ein Text? Ha. Sehr gut. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Das ist ja der kranke Shit. Istanbul. Ja. Bus F.A.H. in Istanbul. Ah. Ich hab die 18-Job-Lebü vergessen. Da kennt jemand, das liebt nicht. Nee, ich hab's wirklich nicht. Panzerknacker in Action. Panzerknacker. Drei Einbrecher beim Bankraub. Ja. Das sind übrigens Masken, falls jemand fragt. Die Masken trägt man überhaupt runter, Junge. Bankräuber machen Kasse. Sehr schön. Auf der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. So, da seht ihr jetzt, warum Kopieren ganz cool wäre. Ja. Auf der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Wow. Sehr gut. Auch cool, Lennart. Auf der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Was? Das muss ich ja. Flamingo macht einen Handstand. Ah, das sollte das sein. Das wollte ich sehen. Flamingo macht Handstand. Mein Flamingo ist leider nicht so gut geworden. Ja. Das ist in der Arm, also. Sit up, we're fighting. Ich wusste damit absolut nichts anzufangen. Nein, nein. Oh, wirklich geil. Ah, herrlich. So, herrlich. Ja. Nein. Okay. Nicht ganz schnell fertig geworden. Dann vermute ich, dass ich dein Sub. Gut möglich. Und ich vermute, es sollte was anderes heißen, aber ich male es jetzt so, wie es da steht. Sehr gut. So muss das. Ja. Okay. 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 Es sind gefühlt immer drei Leute, die relativ schnell sind und zwei, die lange gebrochen und einer davon ist immer Lennart. Äh, was zur Hölle soll das denn sein? Das macht keinen Sinn, aber das ist das Einzelne. Verdammt. Was? Okay, der erste Teil, den kann man noch malen, aber... Ah, das unten ist die Transparenz. Wie soll ich das denn noch malen, ey? Versuch's nochmal neu. Ja, ich auch gerade. Das macht keinen Sinn. Das macht es nicht, äh, erläutert nichts und bringt nichts. Ups. Na komm. Passt schon. Passt schon? Passt schon? Ja, ich wollte noch ausfüllen, aber das, was ich ausfüllen wollte, ist nicht ganz geschlossen. Deswegen haben wir auf einmal das gesamte Bild ausgefüllt. Ah, das bedeutet... Let's pay off my name. Ähm... Was? Ähm... Ja... Jetzt bin ich mal gespannt, bei beiden Sachen war ich echt... Jemand sagt, Bandeli, er hat nix gemacht. Oh, ich weiß, was da raufkommt. Oh, ich weiß. Das ist Loch ohne Auswirkung. Verheerend falsche Prognosen. Was? Das hat keinen Ausbekommen. Das ist so dumm. Jetzt, wo ich weiß, was der ursprüngliche Text war, erkenne ich den Tisch auch. Aber... Ja... Merkel muss weg. Krass. Oh. Oh. Ich weiß, wo das endet. Deine Mutter ist zu dick für freie Fahrt. Dicke Frau wird auf Straße angehubt. Willkommen in der Höhe. Der Höhe? In der Höhe. Sehr schön, ja. Den BFF im Himmel wiedersehen. Das ist... Das ist super. Mit nem W6 in den Himmel gekommen. Der W6. Wer kenne ich nicht. Das ist aber falsch. Zack. Flaming Farts. What? Ah, Flaming... Ich hab Flamingo gelesen. Flamingo steht auf einem Bein und furzt. Flamingo. Ah, Leute. Ab meinem Bild hat das alles wieder Sinn ergeben, aber... Flamingo. Flamingo. Flamingo farts. Sehr gut. Ameise fällt von Bus. Ach, schön. Du bist stolz darauf. Ja, wunderschön. Ameise springt von Bus. Ah, okay. Mhm. Sehr gut vorne. Mhm. Ameise springt vor einen Bus. Und so wurde von einem Unfall ein Selbstmord. Oh. Hallo Ameise. Ja. Alter. Ah. Schön. Oh, super. Oh, super. Was? Okay. Ja. Oh, okay. 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 Wah-. Nein. Das Bild ist super geworden. Das Bild ist scheiße geworden. Nein. Egal. Passt schon, ja. Passt schon. Ein bisschen Deko noch hier und da. Okay, was? Was? Ah, ich weiß genau, was das hier ist. Ups. Ups. Okay. Ich weiß genau, was das hier ist. Okay. 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 Klingeling, 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 hier ist der Klingelmann. Klingeling, 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 lasst ihn an deine Zeichnungen ran. Genau. Genau das. Was? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich auch doch. Heute nur vegetarisches Essen bei McDonalds. Okay. Salat bei MC Donalds. Ja. MC Donalds. Das gleiche. MC Donald. McDonalds Salat. Ja. Ja. Aha. Fast. Fast. Finger im Po. Mexikio. Ich wusste, das kommt von dir. Das Bild war aber super. Danke, danke. Finger in Po, Mexiko. Das ist auch gut. Auch sehr gut. Das ist immer noch gut. Und ich habe es verkackt. Ich dachte, er hat da was drauf gemalt und geht aber stolz weg. Er sieht ein wenig sehr stolz auf das. So kommen Kinder auf die Welt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das perfekte Bild. Da. Storch, bring Baby. Ich wusste nicht, was ich mit dem Do-It anfangen soll. Christoph kann nicht lesen. Da hast du es. Hey. Sehr gut. Analphabet versucht zu lesen. Analphabet? Ja, Analphabet. Wer kennt ihn nicht? Warte. Das passt sogar. Ich kann nicht lesen. Yes. Yes. Das ist sehr gut. Kakerlake dreht sich im Kreis. Oh. Interessant. Okay. Ich dachte, vielleicht hat es eine tiefere Bedeutung. Es sieht aus wie eine Scheißwurst mit Beinen. Ja, bei mir ist es auch eine Bug-Rotation geworden. Schön. Ameisen-Spiral. Ich dachte an so einen komischen Todeskreis, den die Ameisen manchmal bilden. Ah, ja, ja, ja. Ja, das war's. Wie sehen die Dinge denn nochmal aus? Das frage ich mich auch bei jedem Tier. Bei mir ist es jemand Tier. Das frage ich mich auch bei jedem 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 Tier. Aber was hat das damit zu tun? Ich hab schon was Nein, der andere Was ist das für ein komplett Abstruser Satz Du hast meins bekommen Das ist doch was ich gerade mache Ja, kenn ich Ja, passt schon Ja, passt schon Alter, wer diesen Satz geschrieben hat Ich hoffe, du hast heute nach Elbträumen von Keine Ahnung, irgendwas Ja, passt schon So, auf geht's Mattes kauft eine Bild-Zeitung und Flucht Rote Kröte findet Roter Frosch findet Albo von mir unlustig Proletarier aller Länder vereinigt euch Oh Kommunisten feiern im Kre Oh Verdammt Das sieht aus wie eine Banane Das sieht aus wie eine Banane Das sieht aus wie eine Banane Jeder mag Burritos Ey, ich wusste nicht, wie man Burrito malt Menschen lieben grauen Taco Oh, dann hab ich's voll verkackt Salatliebe Ich hab's nicht als Taco identifiziert Ich war schon gerade überrascht, dass da ein Taco-Buy rauskam bei der Zeichnung Das ist gut Flieger landet auf Geburtstagskuchen Okay Das schwarze Loch aus der Story eben hat zweiter Geburtstag Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab's nicht als Flieger gekannt Ja Das war in der letzte Runde Bei mir auch Ja, ist okay Das ging schnell Ich bumpe den Das ging schnell Bis zum Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Begras Ich bin Ich bin baker In Ich bin Perfektes Bild Ist spooky, aber perfekt Äh, fuck Gott, sehe diese Menschen gerade Scheiße aus, sieht mal Scheiße 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 Warum ist denn bei mir so Anderthalb Wörter Wahrscheinlich wegen Scheiße Okay Fuck, wie soll ich das denn jetzt malen Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott So 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 Jetzt bin ich aber gespannt Michael Michael Wendler fliegt aus Telegram raus Oh Okay Ah Erde ist egal Ah Verdammt Ich hab da gedacht Unweltschutz, nein, danke Ich hab das als Erde, also als Kontinentsymbol erkannt Unweltschutz, nein, danke Auch sehr geil Das ist eine interessante Möge die Macht mit dir sein Ja Da ist mein Bild 7 optimal geworden Star Wars Star Wars Star Wars Alles gut umgesetzt Ja Star Wars Intro Siehste Ich wollte schreiben Star Wars als es noch gut war Ich hab davon was anderes stehen, aber ich wollte mich korrigieren Aber Essbarer Weihnachtsbaum So Sehr gut Mann mit Packmann Gesicht ist Weihnachtsbaum Das ist doch schnau getroffen Gut beschrieben Packmann Feuert Weihnachten Feuert Weihnachten Ein neuer Babst wurde gewählt Ein neuer Babst wurde gewählt Ah Schade Nervend Roter Ventilator geht kaputt Roter Ventilator geht kaputt Ich denke auch Ich denke auch Ja Gute Nacht Leute Bis dann Tschüss Tschüss Tschüss